und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim hausflipper mit garden dlc jetzt erst mal beim umbau unseres haxter hauses haben wir ja das badezimmer fertiggestellt und erstmal passt das so ne verzierung können wir vielleicht später noch machen ich habe schon mal ein bisschen farbe in die wände gebracht hier soll ja das schlafzimmer rein habe ich mal eben durchgestrichen da ist es ja relativ egal es bleibt nicht so ich wollte mir nur mal die verschiedensten fliesen mal angucken wie ich das hier am liebsten macht hätte ich weiß es nicht ich bin mir immer noch ohne eins relativ cool finde ich ja die blauen fliesen mit dem orange zusammen sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus passt jetzt nicht unbedingt zu der dafür braunen wand aber das und drauf wir werden es wohl eh verkaufen ich denke mal ich werde mir dann schon noch mal ein anderes haus beim größeren garten bauen wir machen erstmal hier im schlafzimmer weiter ich bin mal sehr gespannt wenn ich jetzt den bodenbelag verlege ob dieses loch dann verschwindet ich fürchte eher nicht ich habe jetzt auch keine idee wie ich das hier irgendwie sonst zu bekommen sollte wir probieren es mal aus was machen wir denn hier schlafzimmer immer teppich rein oder wie und wir machen wir hier dunkles mahagoni oh gott muss ich das jetzt irgendwie anders verlegen nehmen warte mal ist schon dunkles mahagoni kann das sein ja würde ich dann auch so lassen aber ich kann es nicht hier drüber ziehen vermutlich kann ich es auch nicht einfach überfließen das wird auch nicht gehen machen wir hier irgendwas nur zum testen ne das loch bleibt tatsächlich scheiße was machen wir denn da kann ich da ein teppich drüber legen ne ungebetene gäste halt ne 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 zu richtig ne 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 ist doch auch müll gucken ob es mit einem größeren dann funktioniert so wir machen erstmal den rest hier fertig so das gefällt mir eigentlich ganz gut und jetzt gucken wir noch mal wie sieht es denn aus gibt es hier einen teppich auch noch mal eine nummer größer ja dann machen wir es so ja es läuft doch fällst du auch nicht rein kannst auch drüber laufen passt soweit dann muss hier in die ecke auch irgendwie das bett was haben wir denn da schönes möbel bitte betten was nehmen wir denn da mal über dora ich weiß nicht unbedingt ich meine wie sieht denn das aus ne das geht gar nicht wird jetzt auch nicht besonders gerade das gute stück machen wir es denn hier an die wand oder das ist aber knapp hier vom platz das ist ganz schön klein das haxt aus muss ich mal ehrlich sagen ist hier so ganz in die ecke klemmen würde ich es auch nicht ich würde noch ein bisschen platz lassen für ein kleines schränkchen so anders kann ich es nicht setzen kommst du noch durch erleihe ist das jetzt nicht krieg hier noch einen schrank neben oder zumindest mal eine lampe schrank kannst du zur not auch auf die andere seite machen schränke und schränkchen so mal das mal gucken ja nuss ja es passt ja doch es passt sehr gut ok so sehr gut was machen wir denn unter die decke für eine lampe die euren dinge mache ich mal weg jetzt erst mal das nachtisch lämpchen reichen selbstverständlich auch noch irgendwie was drüber übers bett können wir mal gucken was es hier mittlerweile so für geschichten gibt es ist größte die bilder oder haben die eine extra spiegel auch das ist ja ganz cool hier so raumtrenner nicht so schlecht schmucke ach fotos und bilder hier tatsächlich es beißt sich vielleicht ein bisschen auch ein bisschen klein für meinen geschmack muss ich sagen sonst wird man noch nicht so richtig die größe erkennen hier ne und ja tatsächlich ja wohl erst mal schief und krumm ist wenigstens mittig getroffen ja auch fürs bett schon ne so halbwegs passt das was schrauben wir jetzt hier für eine lampe drunter ja die hätte ich nämlich vorher gerne noch dann machen wir erstmal mit den größeren umbauarbeiten weiter äh deckenlampen bitte so ne die nicht unbedingt ist da so ne reflektor lampe hier oder wie wird das werden mal licht an ok von kratzer an gibt da nichts schöneres wenn ihr die lampe mal direkt ins gesicht leuchtet aber ich glaube das ist ganz ok so Junge Junge ist das eine Farbzusammenstellung bin ich ja wieder das ist auch nicht so meins ne so die Küche welchen Bereich würde ich so lassen mit den Fliesen schaue ich mal erstmal nehmen wir mal einen Hammer in der Hand hier ja schön mit dem Motik mal ein bisschen Wand anreißen und die Lieblingsbeschäftigung sehr cool sehr cooles Sound dabei Gebiet so so das würde ich grad nochmal zumachen wollen hier weil die Beulichter wahrscheinlich ein bisschen mehr Stellfläche an der Wand brauche wenn ich jetzt die Möbel hier in den Durchgang stelle naja auch bescheuert allzu groß ist die Küche jetzt auch nicht das ist in allem halt eine relativ kleine Hütte was ist denn jetzt hier darf ich ja nicht doch was haben wir zu ne leg doch mal den Motik weg ähm machen wir schnell nochmal ein bisschen Farbe drauf wird ja Gott sei Dank relativ zügig mittlerweile so hier auf der anderen Seite auch noch also ob ich hier nochmal eine andere Farbe reinbringe eigentlich nicht zieh das jetzt durch hier wenn du es wieder zu bunt machst auch wieder ist auch wieder nicht richtig so mal gucken was wir hier reingeklemmt kriegen vor allem wie wir den Boden jetzt hier fertig machen da bin ich ja selber gespannt Wustboden hier habe ich noch nicht ausprobiert aber die sind ja immer ganz freaky probier mal ruhig hier mit den 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 blauen Fliesen nochmal was zu machen so 3 wie viel habe ich denn insgesamt 6 9 12 16 17 wie es aussieht so 5 oh da habe ich schon 6 gemacht ich glaube das kommt gar nicht mehr so gut hin jetzt komm wir machen es mal ganz wild ne 5 5 ja schöne Küche mit Rallye Streifen äh oh ja hat er schon wieder Moddeck in der Hand so hm hat auch nicht jeder zumindest noch nicht allzu oft gesehen gut was hauen wir da rein in die Küche ähm ähm ne nicht Möbel gibt es ja noch irgendwie Büche ja sehr gut jetzt hier natürlich so eine komplette nein die Insel kriegt er nicht rein t-form bringt es hier auch nicht wirklich ob wir einen Hex hier mal rein dunkelgrau das nimmt sich jetzt nicht so viel arbeitsplatte Marmor oder 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 Marmor hallo jo das sieht ja ill aus ne ne schwarze Griffe kannst vergessen siehst ja nix machen wir mal so Sollte das schwarz sein, das sieht ja ein bisschen komisch aus jetzt. Müssen wir mal versuchen, das mal, wenn es geht, in die Ecke zu pressen. Cool. So, was gibt es denn noch hier bei Hex, was wir hier dran packen können? Heck, Küchen-Set, Hex. Huch, war ja gar nichts. Ne, das finde ich eigentlich nicht so geil. Das lassen wir mal weg. Gucken wir nochmal hier. Vielleicht nehmen wir das noch. Das ist schade, die kannst du nicht gleich. Ist die Arbeitsplatte nicht? Oh doch, das ist die, ne? Die jetzt nicht Orangener Marmor heißt, aber das ist die tatsächlich. Dunkelgrau, Griffe. Griffe kannst du aber nicht gleich machen. Kauf mal. Wie sieht das aus? Das passt doch bestimmt hier noch. Ach, da hinten ist noch der Waschmaschinenanschluss. Den müsste ich mal wegmachen. Das sieht irgendwie scheiße aus. Naja, das kannst du knicken. Außer du würdest jetzt hier noch irgendwas... Also bis auf die Arbeitsplatte sieht das Ding komplett anders aus. Obwohl es auch Hex ist. Hau mal weg. Und den Waschmaschinenanschluss, den haben wir ja schon im Bad untergebracht. Schade eigentlich. Dann bleibt es bei der kleinen Spüle. Hauen wir uns jetzt noch ein paar Küchengeräte neben. Oh, und so einen schönen Hängeschrank vielleicht. Der dann auch irgendwie ein bisschen dazu passen müsste. Aber gibt es irgendwie auch nicht passend, ne? Passend nicht, aber ich mag groß. Hm. Sollte eigentlich der Kühlschrank hin. Also muss ich den Schrank wohl doch eher... ...hier so in die Mitte basteln. Wie ist denn hier Mitte? Da stelle ich mal ein bisschen gerade hin. So würde ich sagen. Ja. Wir brauchen ja hier nicht wohnen. Spülbecken. Äh, Spülbecken. So, und Rauchfang. Wir haben noch nicht mal einen Herd. Gibt es denn Elektrogeräte? Gibt es nochmal extra, ne? Jo. So, einen schönen Kühlschrank. Abgefahren bunt. Hm. Wo sind denn hier die Türen? Oh, hier. Na ja, der muss eigentlich ein bisschen heller. Das sieht ja aus wie... Ich fürchte, ich muss die Küchenzeile da nochmal ein bisschen dunkler machen. Steht aber weit raus, der blöde Kühlschrank. Hier in der Ecke hättest du den im Leben nicht gekriegt. Äh, ich muss die nochmal... So schlecht sieht es eigentlich nicht aus, aber... Das geht so nicht. Das Teil an sich, ja. Ja gut, als wenn ich Ahnung von der Farbe hätte. Nehmen wir hier bitte schwarz. Spülbecken ändert sich jetzt gerade nichts. Scheiße, es stand doch schon richtig. Ja, zusehen, dass du es irgendwie gerade hinkriegst. So, Moment. So. Oder hätte es noch ein Stück dichter an die Wand gekonnt, ne? Sieht genauso aus. Ist halt... Spiegelt sich der Boden drin, ne? So wird es bleiben. So, elektrische Ausrüstung. Sieht es denn aus mit einem kleinen... ...Erd. ...der natürlich wieder zu weit raussteht. Jetzt ernsthaft? Wie es einfach nicht dichter dran geht. Egal in welche Richtung. Ah, hier. Ich gehe ein Stück vor darüber. Kannst du auf jeden Fall noch. Gut. Dann muss auch der Herd weiter ran. Eigentlich okay. So würde ich sagen, ne? Ist hier noch ein kleines Hängeregal dran oder so? Dann passt das. Was ist hier eigentlich mit der Wand? Wollen wir die behalten? Ne. Lampe brauchst du auf jeden Fall noch. Ein Lämpchen. Junge, Junge, Junge. Schön spacig. Haben wir hier überhaupt einen Lichtschalter? Nicht wirklich, ne? Ich habe den mit rausgehackt. Oder habe ich den einfach zugestellt mit dem Kühlschrank? Ich weiß es nicht. Oder geht das hier irgendwie über das Wohnzimmer mit? Eher nicht, ne? Ah, ne. Das war nur die halb schicke Wohnzimmerlampe. Ich muss hier tatsächlich nochmal einen Schalter installieren. Das ist ja kein Problem. Das machen wir nochmal schnell. Wenn ich es noch wieder finde. Äh, machen wir das auch. Hier war es nicht, ne? Sonstiges? Ne. Badezimmer? Irgendwie hatte ich es ja im Badezimmer. Verdammt, ich weiß es schon wieder nicht mehr, wo es war. Einschlüsse? Ne. Klar. Machen wir hier modernen Lichtschalter. Machen wir den hier dran oder hier vorne? Und da könnte es vielleicht noch was dran stellen. Komm, wir machen mal hier den Schalter. Geht gar nicht. Hm. Ah. Okay. Hier geht's. Ja, da stört er ja nicht, ne? Musst dich halt im Dunkeln erst an dem Kühlschrank vorbeitasten. So, Mäcke. Und dann kannst du hier mal Licht machen. Aber es geht ja Gott sei Dank automatisch an. Gut, ich denke, brauche ich hier noch eine Heizung? Ne, hast du ja eigentlich hier eine. Das sollte ja wohl reichen. Und einen schönen Kamin hast du eigentlich auch. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Den gibt es auch nur mal schöner jetzt. Da habe ich ja mal Bock drauf. Wann der eigentlich? Ähm, Schmucke? Ne. Sonstiges. Jawohl. Elektrischer Biokamin. Der sieht mir eigentlich ganz cool aus. Eieiei. Das ist doch geil. Jo. Ach du Gott, ist der Mini. Ich dachte, der wäre mal einen Schlag größer. Dafür 500 Mücken. Ja. Das ist ja relativ hässlich jetzt auch. Ja, lass mal schön lodern. Gemütlich ist das schon. Schmücken wir noch schön ein bisschen aus hier hinten. Geh noch mal ein Bildchen drüber. Geh die Urne von der Oma drauf oder was. Und schon läuft's. Er tut irgendwie so, als könnte ich's verkaufen. Kann ich nicht. Ich fürchte, das bleibt sogar so. Muss ich's wohl überstreichen. Was soll dieser Penükel hier? Möchte ihn abreißen. Blau. Hier ist nix von meinem Mama sicher. Er bescheuert hier das Teil. Hallo? Sehr gut. Könnte ich ja die Mauer eigentlich auch noch weg machen, ne? Ist ja mehr oder weniger unnütz. Oder kann ich da hier irgendwie hol ich mir da die Mauer von dem Zimmer weg? Das werde ich da mal ausprobieren. Gucken wir uns das dann mal an. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Kleinigkeiten hier in dem Zimmer mache ich noch fertig. Dekoriere es vielleicht noch mal ein bisschen aus. Lege ich mir noch mal ein Buch aufs Klo, hier auf meinen Schränk hin. Ich kaufe mir vielleicht mal eine Rolle Scheißhauspapier, weil das Ding ist ja noch leer. Wäre vielleicht erst mal das Wichtigste. Und schauen wir mal, was wir in der Küche noch so dekorieren können. Machen dann in der nächsten Folge mal das Wohnzimmer fertig. Dann sind wir auch schon bald durch und können uns mal an den Garten noch machen. Da das ist ja das Eigentliche, wo ich noch ein bisschen was ausprobieren will. Das machen wir dann aber in den nächsten Folgen. Du hast mal das Haus einmal fertig machen, machen wir noch mal schön den Garten und verscherbeln die Bude und kaufen uns noch mal eine anständige Villa. Wir haben ja fast 400.000 Euro auf dem Konto. Da kriegen wir doch schon was für. Vor allem, wenn wir das Hucksterhaus noch verkaufen. Nun gut, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und seid beim nächsten Mal Hausflipper wieder mit dabei. Ich lege mir eine Runde im Pool. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.